Für uns sind Kundenfeedbacks extrem wichtig und am schönsten ist es, wenn nach einem gelungenen Abschluss, nach einem Notarialstermin die Zeiten happy und zufrieden sind und wie ich schon erwähnt habe, wir leben von Empfehlungen. Von dem her ist es natürlich das schönste, wenn man dann irgendwann ein paar Monate später ein Telefon hat, der sagt, ihr seid empfohlen worden vom Herr X, wo man einen erfolgreichen Abschluss machen konnte. Und sonst ist es natürlich einfach im persönlichen Gespräch sehr schön und es geht manchmal weit, dass man dann auch mal in einen privaten Rahmen eingeladen wird, weil jemand so zufrieden war, wie er begleitet worden ist und das ist natürlich schön. Trotzdem versuchen wir natürlich professionell zu sein und auch nicht irgendwo da. Wir haben ja nicht Freundschaften aufgebaut in dem Sinne, es soll ein professionelles Geschäft bleiben. Aber es ist natürlich schön, wenn man spürt, dass man da fast freundschaftlich miteinander umgehen kann. So und Schluss, ja. So und Schluss, ja. So und Schluss, ja. So und Schluss. So und Schluss.